Moin Ladies and Gentlemen, ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Video begrüßen und wir schauen uns heute einmal zusammen das Vector Optics Everest 3-18x50 an. Bedeutet hier haben wir wirklich ein sehr sehr großes Glas 50er Durchmesser und dementsprechend eher geeignet für relativ große Federdruckmodelle. Irgendwie so HTI oder sowas, M280, M107 oder halt je nachdem was für eine Kniffe die ihr einmal habt. Also gerade auf relativ schlanken VSR Systemen vielleicht ein bisschen übertrieben muss man sagen. Auch die 18 fache Vergrößerung maximal ist natürlich im Airsoft nicht wirklich nutzbar oder braucht man nicht unbedingt. Werde ich aber später noch ein paar Worte dazu sagen, wo gerade so eine hohe Vergrößerung doch einen gewissen Vorteil haben kann. So das Ganze kommt jetzt aber auch nicht von Vector Optics irgendwie direkt aus China, denn hier hat mich vor zwei Wochen der liebe Tom angeschrieben von vectoroptics.de. Bedeutet hier direkt der Vertrieb für Europa und hier eben eine schöne Kooperation gestartet, um euch eben diese Zielfernrohre und auch später dann die Leuchtpunktvisiere ein bisschen vorzustellen. Man muss jetzt also nicht irgendwie in China bestellen, auch von der Kommunikation her. Direkt Vertrieb in Deutschland, deutsche Support, deutsche Website und das Ding ist in zwei Tagen bei euch. So dementsprechend hier vectoroptics.de und das Everest kostet zum aktuellen Zeitpunkt 249 Euro. So und wenn ihr den Code verwendet, Reaper10, spart ihr euch 10%. Geil, oder? Also hier Kooperation mit Vector Optics, dementsprechend blende ich aber auch oben selbstverständlich einmal Werbung ein. Also Leute schauen wir uns das wunderschöne Ding einmal an und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir auch dieses Video zunächst einmal wieder mit dem Lieferumfang. Wenn ihr euch das Everest einmal bestellt, bekommt ihr das Ganze in so einem fetten großen Karton wieder einmal geliefert, wie man es von Vector Optics oder von sehr vielen Gläsern einmal kennt. Dann innen drin enthalten natürlich einmal euer Everest, also euer Glas selbst. Dann einmal Flip-Ups für vorne sowie hinten für den Diopter einmal. Die könnt ihr ganz normal wegmachen, sollten euch die stören, denn ich habe es euch auch schon öfters angesprochen, gerade bei so einem 50er nimmt es schon ein bisschen Sicht einmal weg oder kann ein kleines bisschen stören, diese Flip-Ups. Wie gesagt, solltet ihr euch das stören, könnt ihr wegmachen, müsst ihr halt aber später wieder hinmachen, wenn ihr das Ganze vor Schmutz einmal sichern wollt. Dann ebenfalls enthalten Aluminium, Killflash bzw. Wabenfilter hier vorne zum Reinschrauben ist eben einer mit dabei und dementsprechend, wenn mal eine BB da vorne eindringen sollte, dann wird die hier vorne eben über den Wabenfilter einmal aufgehalten. Danach könnt ihr diesen aber entsorgen. Bedeutet, wenn der kaputt ist, braucht er natürlich einen neuen. Könnt ihr ganz normal hier vorne einmal aufschrauben, nur halt aufpassen, es ist ein Feingewinde, sollte jedem bekannt sein und dementsprechend wirklich aufpassen beim Aufschrauben, dass ihr den Gewindegang sehr sauber einmal trefft. Bedeutet, sobald das Ding irgendwie hakt und klemmt, nicht weiter schrauben, dann habt ihr den Gewindegang nicht richtig getroffen. Wenn ihr das Gewinde sauber getroffen habt, dann lässt sich das ganz einfach und easy einmal aufschrauben. Also hier der Wabenfilter vorne beim Aufschrauben, immer ein kleines bisschen aufpassen, eben vom Feingewinde. So, dann ebenfalls enthalten. Wir haben hier natürlich ein 30 mm Mittelrohr und entsprechend sind auch so relativ günstige Montageringe enthalten für den 30 mm Mittelrohrdurchmesser. Das sind aber wirklich so ganz relativ günstige Standardringe, muss man sagen. Relativ dünn das Ganze, also manche Ringe sind ein kleines bisschen stärker. Und auch von der Höhe her für das 50er könnten sie für meinen Geschmack nochmal etwas höher sein. Denn wenn ihr die Ringe wirklich benutzen wolltet und ihr habt eine plane Pickrail, dann liegt der Scope schon fast auf der Pickrail einmal auf mit den Montageringen, die im Lieferumfang enthalten sind. Also hier eventuell mal gucken, ob ihr nicht eine etwas bessere Montage dafür verwendet. Auf jeden Fall zwei Standardmontageringe für 21 mm Pickrail selbstverständlich enthalten. Dann ist es euch auch bei diesem ZF natürlich möglich, das Ganze zu nullen. Das zeige ich euch dann später. Aber hier habt ihr für die einzelnen Türme, habt ihr hier so ein kleines Tool dabei aus Kunststoff. Das bedeutet, ihr braucht jetzt hier nicht irgendwie ein Centstück oder ein Euro oder sowas oder einen Schlitzschraubendreher, sondern könnt einfach das Tool nehmen und könnt dann hier seitlich einmal aufschrauben darüber. Wie gesagt, einfach so ein kleines Plastiktool. So, dann Inbusschlüssel. Zwei Stück. Einmal so ein relativ kleiner, das müsste ein 1,5er sein. Habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden, für was der genau ist. Und dann letztendlich für die Montageringe ein Torxschraubendreher. Den braucht ihr dann letztendlich einmal hier oben, einmal für die Montageringe zum Montieren beziehungsweise zu befestigen. Papierkram. Hätten wir zunächst mal so eine ganz kürze Gebrauchsanweisung dabei von Vector Optics. Aber auch hier alles Relevante. Ganz kurz darauf erklärt, wie man es einstellt, wie man es montiert, Augenabstand und sowas. Ist in Ordnung. Und die technischen Daten findet ihr natürlich wieder direkt auf der Verpackung vor. So, dann Reinigungszubehör. Ganz normal wieder Mikrofasertuch. Kann man, wie gesagt, nie genug davon haben. Braucht man öfters mal. Aber zum Reinigen, wie beim Nautilus bereits angesprochen, wieder aufpassen für Neueinsteiger. Nicht jetzt einfach hergehen, wenn irgendwie die Optik mal verdreckt ist oder ihr auch so seien reingelangt habt. Nicht einfach hergehen und jetzt darüber wischen, sondern zunächst einmal die Gläser vor den ganzen Partikeln reinigen. Bedeutet erstmal mit Wasser auch abspülen, denn das Ganze ist natürlich wasserfest. Alles abspülen, damit die ganzen Staubkörner und vielleicht Sandpartikel oder sowas einmal weg sind. Und dann könnt ihr eben mit einem leichten Reinigungsmittel und mit dem Mikrofasertuch die Fettflecken einmal entfernen. Aber wie gesagt, nicht einfach jetzt hergehen und wie ein Wilder drauf rumputzen. Sonst könntet ihr die Gläser einmal anschleifen bzw. so ein bisschen milchig machen, wenn ihr einfach die Körner vorher oder die Partikel vorher nicht entfernt. Und wenn es schnell gehen soll, ebenfalls noch zwei so Reinigungstücher sind dabei. Kennt ihr so, wie so eine Art Brillenputztücher ist es letztendlich, wenn ihr eben die Gläser dann einmal von Fett befreien möchtet. Wie gesagt, hier sind zwei so Tücherchen im Lieferumfang enthalten. Dann lasst uns anschließend wieder ein bisschen über die Technik quatschen von diesem Everest. Wir haben hier wie gesagt einen 50er Durchmesser vom Objektiv. Also dementsprechend ein relativ großes Glas und sollte dementsprechend vielleicht auch auf einer großen Knüfte verbaut sein oder werden. Bedeutet irgendwie auch so einer Steyr Scout oder sowas vielleicht ein bisschen übertrieben groß. Wie gesagt 50er, aber dementsprechend auch sehr lichtstark. Bedeutet ihr bekommt sehr viel Helligkeit durch die Gläser einmal durch. Das Everest hat hier eine Gesamtlänge von 360 mm und ein Gewicht ohne Montagevorrichtung, ohne Montageringe von 750 Gramm. Also 750 Gramm wirklich nur das Glas selbst. Mittelrohrdurchmesser haben wir hier 30 mm. Das müsst ihr immer beachten, gerade für Einsteiger. Im Airsoft-Bereich handelt es üblich eigentlich immer 25 mm. Eher etwas seltener einmal 30 mm. Das ist immer zu beachten, je nachdem welche Montage ihr euch dementsprechend verkauft oder kaufen möchtet. Wie gesagt, Mittelrohrdurchmesser einmal beachten. Es gibt natürlich auch noch Besonderheiten, Schmidt und Bänder, aber da bewegen wir uns in dem Preissegment, wo wir im Airsoft definitiv nicht hin möchten. Also hier 30 mm einmal Mittelrohr und dementsprechend passt hier zum Beispiel die G28-Montage mit den entsprechenden Spacer-Ringen wunderbar einmal zu dem Glas dazu. So, dann weiteres technisches 50 mm Objektiv. Der Diopter hinten hat einen Durchmesser von 39 mm und wir haben natürlich selbstverständlich hinten den Dioptrienausgleich von minus 2 bis plus 2 und das Ganze unheimlich sauber und fein, stufenfrei wieder einstellbar. Also auch hier absolut null Haken, null Kratzen, aber auch schön Widerstand drauf, damit es sich nicht irgendwie unabsichtlich verstellt. Hier könnt ihr letztendlich einmal Dioptrien über den Diopter hinten einmal einstellen. So, die Austrittspupille übrigens je nach Vergrößerung liegt hier bei 10 bis 2,8 mm und das Sehfeld wird angegeben. Bei einer Dreifachvergrößerung seht ihr auf 100 m bzw. 96 m seht ihr 12,7 m und wenn ihr die maximale Vergrößerung von 18-fach nutzt, seht ihr noch 2,07 m. Natürlich je weiter ihr hinzoomt, desto kleiner wird das Sehfeld oder je weniger Bildausschnitt seht ihr letztendlich einmal in eurem Glas. So, dann kurz zur Vergrößerung. Natürlich 3 bis 18-fach ist für den Airsoft-Bereich nicht wirklich von Nöten. Bedeutet, soweit können wir eh nicht schießen, uns langenweise 4 bis 6-fach langt uns locker einmal aus. Aber dennoch finde ich gerade, wenn man so ein Glas auf einem Federtruckmodell verbaut oder verwendet und auf dem entsprechend großen Spielfeld oder Event unterwegs ist, kann man aber auch diese 18-fach Vergrößerung als Fernglas nutzen oder dementsprechend auch als Späher agieren. Nehmen wir an, ihr spielt mal auf der Biersau und seid ganz oben im Hügel irgendwie im rechten Waldstück einmal drin. Ihr könnt letztendlich mit der 18-fachen Vergrößerung das komplette untere Waldstück am Berg einmal komplett einsehen. Ihr könnt also volle Rotze hinzoomen und könnt genau gucken, was geht da unten vor sich. Bewegt sich irgendein Trupp vielleicht Richtung Flagge oder sowas. Dementsprechend, wie gesagt, so eine 18-fache Vergrößerung im Airsoft-Bereich, rein vom Schießen. Absolut uninteressant, braucht man nicht. Aber wenn man auch ein bisschen als Späher agieren möchte und eben mit seinem Trupp auch über Funk kommuniziert, dann kann man so eine 18-fache Vergrößerung eben auch verwenden, wenn man nicht extra nochmal ein Fernglas mit sich führen möchte. Also 3- bis 18-fach hier einmal die Vergrößerung. Der Augenabstand wird bei Vector Optics oder wird beim Everest angegeben von 92-95 mm. Bedeutet, euer Auge sollte, also der Augenabstand zwischen dem Okular und eurem Auge, sollte in diesem Bereich einmal liegen. Da werde ich euch nochmal ein Video machen, wie ihr das Ganze herausfindet, wenn diese Angabe vom Hersteller nicht angegeben wird, der Augenabstand. Wie gesagt, werde ich dann im Anschluss einmal zu diesem Video ebenfalls euch filmen. Dann die Einstellung von den Türmen, vertikal und horizontal natürlich über sehr definierte Klicks, wie man es von Vector Optics kennt. Auch Locking-System bedeutet, ihr zieht die Türme einmal kräftig raus und könnt dann über sehr definierte Klicks einmal euer Absehen ausrichten. Hier liegen wir bei 1,4 Winkelminuten pro Klick, also ein Viertel letztendlich. Der maximale Bereich in der vertikalen wie auch in der horizontalen wird mit 60 Winkelminuten angegeben und dementsprechend hat man aber auch sehr viel Bewegungsspielraum. Bedeutet, auch wenn ihr mal ein bisschen Überhop einstellt, ihr seid hier nicht direkt gleich irgendwie auf Maximum. Das hatte ich leider auch schon mal bei zwei, drei Knifften, dass ich wirklich komplett auf Anschlag hochdrehen musste. Der Hop war sauber, die Flugbahn war sauber, aber ich bin letztendlich mit meinem LPVO damals nicht auf Maximum hochgekommen, da ich bereits auf Anschlag war. Da hätte man jetzt natürlich noch mit der Montage eine gewisse Vorneigung einstellen können. Aber wie gesagt, hier hat man beim Everest 60 Winkelminuten und dementsprechend einen sehr großen Bereich, das ganze Absehen auszurichten. So, dann drehen wir das Ganze mal um, denn vom Schützenhaus auf der linken Seite haben wir ebenfalls aufgrund der Vergrößerung hier seite ich den Parallaxiausgleich. Bedeutet, hier könnt ihr wunderbar die Parallaxiausgleich und dementsprechend natürlich auch die Schärfe einmal einstellen. Aber auch hier wieder zurückzukommen, natürlich, wenn ihr bloß auf 50, 60, 70 Meter schießt, dann ist so ein hoher Parallaxiausgleich natürlich nicht unbedingt vonnöten. Aber ihr werdet es dann bei den Aufnahmen gleich auch sehen, wenn ihr letztendlich wirklich mal die 18-fache Vergrößerung nutzt, dann könnt ihr einfach den Schärfebereich beziehungsweise die Parallaxiausgleich hier seitlich wunderbar einmal ziehen und dementsprechend auch bei 18-fach das Ding wirklich komplett gestochen, gescharf bekommen. Also hier seitlich einmal der Parallaxiausgleich. Was ihr aber jetzt vielleicht auch schon seht, aufgrund der Parallaxiausgleich vom Schützenhaus links, fehlt dem Everest leider eine Beleuchtung. Bedeutet, wir haben hier ein unbeleuchtetes Absehen. Auch da komme ich gleich nochmal bei den Aufnahmen darauf zu sprechen. So, weitere kleine Details. Natürlich wie vorhin bei der Reinigung schon angesprochen, komplett einmal wasserdicht. Bedeutet, wenn ihr mal mit Wasser irgendwie die Gläser abspülen wollt, vorne, hinten, um die Partikel zu entfernen, absolut kein Problem. Wenn ihr mal im Regen spielt, wenn es neblig ist, auch absolut kein Problem. Und natürlich aufgrund der Nitrogenfüllung in der Tube einmal drin, haben wir hier natürlich, oder ja, ist das Ganze beschlagsicher, beziehungsweise die Gläser laufen euch einmal nicht an. Wie gesagt, hier einmal mit Nitrogenfüllung und dementsprechend beschlagsicher und wasserfest das Ganze. So Leute, dann würde ich sagen, bevor wir noch weiterquatschen, kommen wir zuerst mal zum Punkt Einstellen und Nullen. Das habe ich euch bei dem WICT Optics LPVO schon mal ganz kurz erklärt. Dementsprechend zeige ich es euch nicht mehr vollständig im Detail, aber kurz in der Theorie. Ihr schießt letztendlich eure Knifte erstmal ein, schaut, dass euer Hop-Up sauber passt, dass die Range sauber passt und dann haut ihr vielleicht mal 10 Mumpeln irgendwie auf 50, 60 Meter, je nachdem, wo ihr hinwollt, auf eine Scheibe oder auf ein Stück Pappe oder auf einen Karton drauf und dann richtet ihr letztendlich euer Absehen über die Türme mittig zum Streukreis aus. Wenn ihr dann das Absehen so weit eingestellt habt, dass es immer sauber oder dass er halt ein Mann-Ziel trefft, sage ich mal, auf die Entfernung, dann könnt ihr die Türme auch hier wieder nullen. Bedeutet, ihr geht dann her, öffnet hier seitlich mit dem Tool, was im Lieferumfang ist, öffnet ihr das Ganze einmal diese innere Schraube letztendlich, schraubt sie komplett einmal raus, zieht den Türm ab und könnt dementsprechend dann den Türm letztendlich sauber auf 0 einstellen. Dann schraubt ihr den Türm wieder einmal fest und habt dementsprechend immer für eure Waffe, für euer Hop-Up exakt den Nullpunkt bei der Optik eingestellt. Und müsst dann letztendlich zum Ausgleichen nur noch über ganz minimale Klicks einmal arbeiten. Also auch hier lässt sich das Ganze sehr, sehr einfach und schnell nullen. So Leute, dann habe ich euch natürlich auch mit dem Everest wieder versucht, ein paar schöne Aufnahmen zu machen. Die sind mir, glaube ich, recht gut gelungen. Die schauen wir uns jetzt anschließend direkt gleich mal an. Wenn wir also einmal durch das Everest durchschauen, hier jetzt einmal in der dreifach, also in der kleinsten Vergrößerung, fällt zunächst mal auf, dass das Absehen in der zweiten Bildebene wieder unheimlich scharf in die Gläser einmal eingeätzt wurde. Bedeutet hier wirklich sehr, sehr feine Konturen, unheimlich schöner Kontrast vom Absehen selbst. Und auch finde ich dieses MPTR2-Absehen, finde ich, nicht zu komplex. Bedeutet, es ist ein sehr schönes, sehr angenehmes Absehen und nicht ganz so verwirrend, als wären da jetzt 200 unterschiedliche Striche einmal drauf. Also hier ein sehr klares, sehr, sehr schönes Absehen und eben nicht zu komplex. Wenn jetzt der mittlere Punkt noch beleuchtbar gewesen wäre, dann wäre es in meinen Augen fast perfekt gewesen. Was ebenfalls auffällt, dass diese Optik aufgrund des 50 mm Objektivdurchmessers natürlich auch sehr lichtstark ist. Bedeutet, ihr bekommt einfach viel Licht durch die Gläser durch, ein sehr, sehr schönes, schön helles Bild und auch die Farbtreue ist hier zu 100% gegeben. Bedeutet, wenn der Links, oder gut, es ist leider verschwommen in den Aufnahmen, aber ihr nehmt einfach die Farben exakt so wahr, wie sie sind. Ihr habt keinen Blaufilter drin, sie werden nicht irgendwie verfälscht oder sowas. Dementsprechend auch eine sehr, sehr gute Farbtreue letztendlich. Wenn wir dann nochmal zurückkommen auf die Beleuchtung. Wie gesagt, das Absehen finde ich sehr, sehr gut. Aber ihr seht auch bei den Aufnahmen hat die Sonne geschienen, es war Herbst. Dafür ist es wirklich gut. Wenn man aber jetzt in einem relativ dunklen Waldstück spielt und es ist vielleicht noch bewölkt, dann, wie gesagt, dann ist vielleicht die Optik ohne Beleuchtung nicht ganz perfekt geeignet. Also hier wäre eine Optik mit beleuchteten Absehen oder zumindest mit einem beleuchteten Punkt, wäre in diesem Fall vielleicht etwas besser geeignet. So, die Eyebox ist ebenfalls sehr gut, bis maximal sechsfach könnt ihr das Ding problemlos nutzen, ohne dass ihr euch irgendwie anstrengen müsst, da Kerzen gerade durchzuschauen. Bedeutet, bis sechsfacher Vergrößerung könnt ihr euch ruhig mal mit dem Kopf oder mit der Waffe mal bei zwei Zentimeter links, rechts, hoch, runter. Und das Absehen selbst oder das Glas selbst dunkelt euch nicht sofort irgendwie ab an den Rändern. Bedeutet, hier ist die Eyebox wirklich gut, aber selbstverständlich aufgrund der hohen Vergrößerung bis maximal 18-fach, da müsst ihr schon wirklich zu 100% genau und Kerzen gerade durch die Optik durchschauen. Bedeutet, je höher die Vergrößerung, desto kleiner ist das Spiel hinten vom Schützen mit dem Auge letztendlich. Das natürlich wie immer einmal zu beachten. Auch der Parallaxe-Ausgleich einstellbar von 10 bis 500 Yards und selbstverständlich einmal unendlich. Und hier könnt ihr den Schärfebereich, wie vorhin schon gesehen, wirklich hervorragend und sauber einmal ziehen. Bedeutet, auch in der 18-fachen Vergrößerung mit dem Parallaxe-Ausgleich bekommt ihr einfach ein unheimlich schönes und scharfes Bild hin. Das Seefeld auf der maximalen Vergrößerung 18-fach mit 2,07 Meter ist immer noch ausreichend. Denn wie gesagt, meistens nutzt man diese Vergrößerung im Airsoft-Bereich eh nicht. Da nehmt ihr 6-fach und da ist auch das Seefeld oder das Sichtfeld selbst, was ihr sehen könnt, ausreichend groß. Ihr könnt also einen sehr großen Bereich letztendlich einmal einsehen mit dem Objektiv oder mit dem Glas. Dann lasst uns ebenfalls noch über die Randschärfe sprechen. Wenn ihr jetzt hier mal her schaut, ich versuche das irgendwie einzublenden, wie ich das letztendlich empfinde. Und für mein Empfinden oder für mein Auge finde ich die Randschärfe noch gut, aber natürlich aufgrund der hohen Vergrößerung nicht ganz so gut, als wenn man jetzt ein Objektiv hätte oder halt ein Glas hätte mit einer kleineren Vergrößerung. Bedeutet, hier ist im mittleren Bereich für mich circa 70% scharf. Die äußeren 30% werden dann schon ein kleines bisschen blöd. Also hier Randschärfe natürlich immer je nach Vergrößerung einmal berücksichtigen. Aber wie gesagt, 6-fache Vergrößerung und dann ist die Randschärfe auch für meinen Geschmack vollkommen ausreichend. Was man jetzt hier in den Aufnahmen vielleicht auch noch sehr schön erkennen kann, dass auch die Ränder von dem Glas oder von dem Zielfernrohr doch ein kleines bisschen dicker wirken. Bedeutet, sie nehmen ein bisschen mehr Sicht einmal weg. Also gerade eben der schwarze Bereich außenrum, über den ich gerade spreche, der ist hier bei dem Glas ein bisschen fett, muss ich sagen. Und das ist jetzt auch nicht nur in den Aufnahmen so, sondern auch wenn ihr die Optik einmal montiert habt und wirklich im Realen mal durchschaut, auch hier habt ihr eben doch sehr viel Gehäuse oder nehmt sehr viel Gehäuse einmal wahr. Abschließend von den Aufnahmen hinten natürlich noch der Dioptrienausgleich. Hier wie vorhin schon angesprochen bei der Technik. Schön sauber einmal einschippbar von minus 2 bis plus 2. Gut Leute, das soll es für heute schon gewesen sein. Ein kleines Video zum Thema Vector Optics Everest 3 bis 18 mal 50. Lasst uns nochmal so eine kleine Zusammenfassung machen. Was finde ich jetzt an dem ZF gut und was finde ich vielleicht nicht ganz so gut. So, eben Fazit, Box, weiß ich noch nicht, ob ich einblende. Auf jeden Fall, wie gesagt, sprechen wir uns mal durch. Wo ich die Optik gut fand unter dieses Glas, ist zunächst mal natürlich sehr lichtstark, 50er Durchmesser. Ihr habt ein unheimlich schönes, helles Bild letztendlich. Und auch die Farbechtheit ist hervorragend. Bedeutet, die Farben werden hier nicht irgendwie verfälscht. Sie werden nicht irgendwie bläulich dargestellt oder leicht rötlich oder sowas. Nein, die Farbechtheit ist wirklich sehr, sehr gut. Dementsprechend würde ich hier eben heute auch einen Pluspunkt geben. Was mir ebenfalls bei dem Everest sehr gut gefällt, ist das Absehen. Dieses MPTR2 Absehen. Es ist ein sehr schönes und auch nicht zu komplexes Absehen. Bedeutet, ihr habt da nicht irgendwie 5000 unterschiedliche Striche und Punkte und alles miteinander irgendwie miteinander verbunden. Nein, es ist einfach ein schönes, klares Absehen. Natürlich, es geht noch ein bisschen einfacher mit einem ganz normalen Mildort oder sowas. Aber wenn es ein bisschen ausgefallener sein darf, finde ich eben das Absehen sehr schön und nicht zu komplex. Was man auch ansprechen muss, das Absehen selbst ist wieder unheimlich scharf. Also gestochen scharf, egal in welche Vergrößerung. Natürlich zweite Bildebene, das Ganze. Ihr könnt wunderbar ranzoomen, ihr könnt eure Parallaxe sauber einstellen. Und das Absehen ist immer zu 100% gestochen scharf. Dementsprechend auch hier Absehen, wie gesagt, finde ich einfach klasse. Was man natürlich auch ansprechen muss, das Zielfernrohr ist ja letztendlich vom Real Steel Bereich ausgelegt für Sportschützen von 25 bis 300 Meter und ist schussfest bis Kaliber 308. Also wenn ihr das Ding mal auf der Airsoft drauf habt und selbst wenn da mal eine Kugel dagegen knallt oder irgendwas, hält das Ding problemlos aus. Klar, auch wenn ihr es auf einer GBB oder sowas nutzen möchtet, vielleicht auf einer SA25 GBB, macht euch keine Sorgen, dass ihr das irgendwie verstellt oder sowas. Wie gesagt, ist letztendlich für den Scharfwaffenbereich einmal ausgelegt. Was ebenfalls wieder sehr gut ist in diesem Preissegment, ist die Verarbeitungsqualität und auch das, wie soll ich sagen, allgemein die Funktionen bedeutet, es ist nichts irgendwie zu schwammig, es ist alles unheimlich schön klar definiert von den Klicks, schön lautes und definiertes Klicken. Wie gesagt, hier nicht irgendwie zu lasch oder sowas, schön deutlich definiert zum Einstellen. Auch dann auf der Seite Parallaxe-Ausgleich lässt sich wunderbar, schön sauber. Einmal ziehen letztendlich und genauso der Diopter hinten oder Dioptrinausgleich. Das ist ein schöner Widerstand drauf, verstellt sich nicht. Das ist einfach in dem Preissegment für 250 Euro, was Verarbeitung angeht, wirklich klasse. Auch die Laserungen, schön fein, sauber, alle aufgebracht. Dementsprechend Verarbeitung, wie gesagt, auch tipptopp. So, jetzt habe ich aber noch einen kleinen Punkt, wo ich nicht ganz perfekt finde bei dem Glas, dass wir hier leider natürlich ein unbeleuchtetes Absehen haben. Das Absehen selbst ist, wie gesagt, schön. Und auch wenn ihr, wie soll ich sagen, wenn ihr entsprechend Licht zur Verfügung habt, dann funktioniert es tadellos, da braucht ihr keine Beleuchtung. Aber wenn ihr jetzt mit dem Glas vielleicht mal in ein Waldstück reingeht und es ist zusätzlich auch noch irgendwie recht dicht oder ein bisschen bewölkt draußen, dann wäre meiner Meinung nach ein beleuchtetes Absehen doch vom Vorteil. Denn hier werdet ihr relativ schnell im Schattenbereich oder im Kontrastbereich werdet ihr schnell das Absehen oder auch den Punkt ein bisschen verlieren. Oder müsst euch sehr stark konzentrieren, wo ist denn mein Mittelpunkt, wo ist mein Absehen und so weiter. Wäre also hier vielleicht nur der mittlere Punkt vom Absehen noch beleuchtbar, dann wäre das wirklich perfekt. Und natürlich auch die Vergrößerung, wie gesagt, maximal 18-fach ist für den Airsoft-Bereich, rein vom Schießen her natürlich totaler Humbug, da langt euch eine 6-fach Vergrößerung oder sogar bloß 4-fach, langt da locker aus. Aber wie gerade schon angesprochen, selbst wenn ihr auf einem sehr großen Gelände spielt und die entsprechende Distanz zur Verfügung habt auf dem Gelände, wo ihr einfach einsehen könnt mit der 18-fachen Vergrößerung, dann kann man sowas eben auch als Spotter einmal nutzen fürs Team dann irgendwie mit Funk. Da macht sowas Sinn. Aber rein zum Schießen, nur für den Airsoft-Bereich, wie gesagt, braucht ihr keine 18-fache Vergrößerung. Das ist definitiv einmal übertrieben. So, aber wie gesagt, 249 Euro aktuell. Sehr, sehr schönes Glas, nicht nur für den Airsoft-Bereich, vielleicht auch für Sportschützen oder für Jäger. Ein sehr, sehr interessantes und auch preisgünstiges Glas, was die Qualität oder was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Wollt ihr 10% sparen, unten nochmal der Code REAPER10 bei VectorOptics.de. Boah, Werbung stinkt. Nee, Spaß beiseite. Also soll es gewesen sein, wollt ihr noch irgendwie mehr erfahren? Wollt ihr noch irgendwas verbessern oder korrigieren? Jede Zeit einmal Kommentarfeld unten nutzen. Hat's gefallen? Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Würde mich wieder mega drüber freuen. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank.